Wie viele Leute haben jetzt gerade im Chat gefragt nach Unge, nach Unge, nach Palle? Ich weiß ja auch nicht alles Leute, ich weiß ja auch nicht alles, aber ich unterhalte mich ja mit Leuten. Bei Palle kann ich es nicht sagen tatsächlich genau, ich weiß, dass Palle sehr gutes Geld verdient und das tun wir alle sicherlich, aber wenn ich jetzt ein Ranking aufstellen müsste, wer die Top 5 reichsten YouTuber-Influencer-Menschen sind, dann fehlen da wahrscheinlich 10 Leute, die ich gar nicht kenne von Instagram und so weiter und so fort. Aber wenn wir das jetzt irgendwie mal auf YouTuber runterbrechen würden und Pamela Reif und Co. und sowas außen vor lassen wollen würden, dann sage ich auf jeden Fall Platz 1 Bibi, Platz 2 wahrscheinlich Sally, Platz 3 mag dann wahrscheinlich ein Justin sein, also Justin Fuchs, Peso Justin, wir kennen ihn alle, Platz 4 maybe Palle, Platz 5 vielleicht Unge. So und da drunter kommt dann quasi der ganze Rest, ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie es bei einer Pamela Reif läuft oder wie es bei einem Mike Singer läuft und so weiter und so fort, das kann ich ja nur schätzen. Ich weiß nicht, wie es bei einem Luca genau läuft und ich weiß auch nicht genau, wie es bei einem Trimax läuft. Na klar haben wir irgendwo alle Näherungswerte so, weil wir uns natürlich auch als Verdiener über Geld unterhalten. Papa Platte zum Beispiel, no joke, Papa Platte ist ein kompletter Spast, der gibt seinen Großteil seines Geldes einfach für dumme Scheiße aus. Wir haben eine Investmentgruppe und der schreibt wirklich die letzte Scheiße da rein und da steht einfach nur Müll drin. Kevin, ganz ehrlich Junge, lass es einfach, gib mir einfach dein Scheißgeld und ich vermehre es dir in Immobilien. Hör auf, es einfach in Aktien reinzupumpen. Digga, du weißt nicht mal, wie man shortet. Reden wir nicht drüber. Was ich an Geld habe, eben hat mich jemand gefragt, ob ich Millionär bin. Ja Leute, es klingt jetzt wirklich, wirklich dumm und zynistisch, aber wenn ich jetzt tatsächlich, ich habe zwei Nachrichten dahin geschrieben. Ja, das stimmt. Stimmt schon. Das Ding ist, mich hat eben jemand gefragt, ob ich Millionär bin. Leute, ich mache das jetzt seit sieben Jahren. Obviously bin ich Millionär. Obviously bin ich Millionär wahrscheinlich und das nicht nur Boto, sondern auch Netto. So, das ist aber jetzt auch kein Flex oder sowas, sondern tatsächlich, ja, einfach auf die Frage so. Das ist, ich kann wie gesagt nicht wissen, wie es bei einem GLP läuft und so weiter und so fort. Das sind alles Leute, die unglaublich lange schon im Business dabei sind. Und, ähm, ich merke, man ist Millionär und trotzdem Knecht. Ja Kevin, du musst es ja am besten wissen. Ach nee, du bist ja kein Millionär. Schade drum. Ähm, Knecht bist du aber tatsächlich. Äh, ich, wie gesagt, wie es bei Ju und Luca aussieht, Fabio Wiedmer. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die in diesen letzten zehn Jahren durch das Internet super, super viel Hype gemacht haben und super, super viel Gelb verdient haben. Ein Standardskill hat auch eine Menge Kohle, Night Crymax auch. Der eine oder andere mag es besser anzulegen, der eine oder andere schlechter. Ich bin ehrlich mit euch Leute. Ich bin, was meine persönliche Anlagephilosophie angeht, relativ konservativ, ja. Was heißt relativ konservativ? Ein Großteil meines Geldes habe ich relativ konservativ in langfristige Fonds und Immobilien gebunden tatsächlich, weil ich das für später haben möchte. Aber ich bin auf der anderen Seite auch jemand, der gerne mal zockt. So, da waren dann ein paar Crypto-Fails und ein paar Crypto-Wins dabei. Sachen, die ich auch gar nicht mit anderen Leuten geteilt habe, weil ich rede da auch nicht so gerne drüber. Ich behalte das gerne für mich. Ebenso talk ich auch nicht mit jedem über meine Immobilien. Ich share gerne mein Wissen mit Leuten. Das ist gar kein Problem. Aber ich gehe nicht hin und sage jetzt jedem genau, weil ich habe sehr oft schon von Leuten die Frage bekommen, hey, wie viel Immobilien hast du und was hier und da und so. Und ich bin da immer ein bisschen verhalten. Vorsicht, der Katja zum Beispiel. Katja Krasavitsch hat auch ein unglaubliches Vermögen angehäuft mit Musik und sowas. Ich denke mal, da sind eine Menge Leute dabei, die extrem viel Kohle gemacht haben. Aber ich werde niemals, das müsst ihr auch verstehen, Leute. Ich werde niemals jemand sein, der irgendwann sein, ja, Gronkh zum Beispiel, habe ich auch komplett, seht ihr, das ist das Ding. Gronkh habe ich außen vor gelassen. Gronkh hat eine Play Massive GmbH und dann noch seine Streams und seine YouTube-Views. Der macht das schon so lange. Es ist ja, es peilt ja alles ab. Und im Regelfall unterstellt man ja einer Person, die so viel Geld tatsächlich verdient, dass sie das auch irgendwo sinnvoll anlegt. Das heißt, dass die Person hingeht und dieses Geld irgendwo rein investiert. Dena zum Beispiel hat auch eine große Firma gehabt mit seinem ganzen Ding. Du willst nicht erzählen, aber von anderen wissen. Nee, ich schätze ja einfach auch nur. Ich schätze ja einfach auch nur. Wie gesagt, ich kann es ja nicht wissen. Pete Smith macht das extrem smart wahrscheinlich auch. Knossi wird da sicherlich auch. Nico und Tim, die hatten da sicherlich den einen oder anderen Fail drin. Aber all in all kann man sagen, was man will. Es sind sehr, sehr viele Leute in den letzten Jahren dazugekommen, die sehr viel Geld verdient haben. Ich werde aber nicht jemand sein, der irgendwann seine YouTube-Einnahmen oder sowas liegt. Ich finde, das Thema Geld ist immer eine Sache, über das man nicht zu offen sprechen sollte, weil das wird sehr, sehr oft falsch genommen. Wenn ich eine Frage beantworte, ist es halt oft so, dass sehr viele Leute sagen, ja, abgehoben, pipapo. Keine Ahnung, deshalb halte ich mich da gerne ein wenig bedeckt. Ich bin ungern jemand, der so krank flext. Wisst ihr, was ich meine? So, ich habe keine Rolex. Ich trage gerne Klamotten von Kollegen. So, das ist der Beast Boy, holt ihr so, what the fuck. Aber weiß ich nicht. Also, keine Ahnung. Es ist halt nun mal so, dass, ja, sowas, wenn man halt zu oft, glaube ich, über solche Sachen redet, dass es auch immer falsch Leute auf den Plan ruft. Wisst ihr, was ich meine? Letztendlich bin ich auch ehrlich, ich bin, würde auch von mir behaupten, abgesehen von ein paar Ausgaben, die ich habe, sicherlich relativ sparsam tatsächlich. Also, ich gebe, ich wohne zum Beispiel in einer WG, in einer okay bis schönen Wohnung in Köln. Die ist sicherlich teuer. Ich kann euch auch sagen, was die kostet. Die kostet zwei, sechs oder zwei, fünf Miete. Aber bin tatsächlich da mit, bin tatsächlich mit meinem Bruder und einem Mitbewohner noch drin. Das heißt, ich teile mir die Miete durch drei quasi. Das Einzige, wo ich sauviel Geld für ausgebe, ist gefühlt mein Auto. Es ist einfach so. Und ich habe einen saukleinen Schwanz, deshalb brauche ich einen AMG. Joke, joke. Ne, also mein Auto gebe ich sauviel Geld aus für auf jeden Fall. Und, was heißt sauviel? Also, viel Geld auf jeden Fall aus. Und, ja, wahrscheinlich dann noch, wie so Sachen, ich esse unglaublich gerne. Also, und ein paar Mal, wie gesagt, ein paar Klamotten oder sowas. Aber ich bin nicht viel und krass im Urlaub. Und ich bin nicht saukrank viel unterwegs, so. Ich nehme mir das Geld gerne und teile es halt mit Leuten und Kollegen. Das heißt teilen. Also, ich gehe jetzt nicht hin und schenke denen Geld. Aber ich mache dann halt gerne eine Reise mal mit denen zusammen oder so. Aber ich bin halt nicht so der Dude, der ganz, ganz rausgeht. Palle ist auch zum Beispiel sehr sparsam. Ja, das ist so. Ich finde es halt geil, dass ein bisschen, ich finde halt, ich mag es einfach zu hustlen. Ich mag es, meinen Job hier zu machen. Ich mag es tatsächlich, hier einfach zu deliveren, so. Um mir nebenbei noch was aufzubauen. Ähm, keine Ahnung. Das ist genauso. Wir haben ja noch das Musiklabel und so weiter und so fort. Das sind super viele Standbeine, die man sich auf jeden Fall aufgebaut hat. Aber, ähm, ja, irgendwie, irgendwie, keine Ahnung. Ich bin jetzt nicht derjenige, der unglaublich viel Kohle irgendwie aus dem Fenster wirft. Wisst ihr, was ich meine? So. Also, kein Plan. Ich habe mal so ein paar Ausflüche, wo ich mal für 2.000 Euro shoppen gewesen bin. Das ist sau viel Kohle und dessen bin ich mir bewusst. Allerdings, und das soll jetzt auch nicht falsch klingen, sind 2.000 Euro zu dem, was man dann teilweise in einem guten Monat verdient, dann auch nicht die Welt. Nicht, dass ihr das jetzt bitte, nur um es in den Contest zu setzen, versteht das jetzt bitte nicht falsch, ne? Ähm, ja, was soll ich sagen? Und viele Sachen, also zum Beispiel sehr viel, was ich halt ausgebe, ist tatsächlich, ähm, ist tatsächlich, Akani, was machst du hier, what the fuck? Sehr viele Sachen, die ich halt einfach ausgebe, ist, ähm, einfach Personalkosten. Also wir haben halt super viele Angestellte, wir haben ja quasi hier die, das heißt, die wir, also Kim, meine Managerin hat ja hier die Agency und sowas, wir haben das Musiklabel, wo Leute arbeiten, ich hab zwei Leute, jetzt demnächst wahrscheinlich drei Leute unter mir arbeiten, ähm, noch jemand an der Buchhaltung, mach einen Steuerberater, einen Anwalt und so weiter und so fort, das sind halt alles Sachen, die man sich irgendwie in einem Unternehmenskonstrukt aufgebaut hat und das ist auch vollkommen fein. Und ja, ich mach ja auch Product Placements, ich bin mit Red Bull verpartnert, ich hab ein FIFA-D gehabt und so weiter und so fort, das kommt ja auch nochmal alles mit dazu, ähm, aber im Großen und Ganzen würde ich doch behaupten, dass ich das relativ smart, ohne mich jetzt wie gesagt in den Himmel zu loben und sparsam angegangen habe, im Vergleich zu einigen und damit will ich auch nicht verallgemeinern, aber einige andere Leute. Ähm, letztendlich das Thema Geld, wie gesagt, ist ein super schwieriges Thema und man sieht es ja an dem Video, was wir gerade geschaut haben, das geheime Vermögen, da wird immer ein riesiges Mysterium drum gemacht, ähm, in den USA läuft das wieder ganz, ganz anders, wir haben halt hier in Deutschland einfach eine etwas andere Kultur und einen anderen Bezug zu Geld. Ähm, hier ist es auch oft so, dass es halt sehr, sehr oft, ähm, ähm, Kruse.de, danke für dein Film war, hätte über Bock mit dir über Immobilien, Gesellschaftsstrukturen und sowas, vielleicht in deinem Clubhouse-Room, boah, hör mir auf mit Clubhouse, Alter, ganz, 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 ganz weird. Äh, können wir aber, ja, kann man mal überlegen, kann man aber, also, ja. Ähm, ich muss ehrlich sagen, wir haben tatsächlich, ähm, ich, die, die, das ist hier eine andere Kultur, wir haben halt hier eine, ich würde jetzt nicht sagen eine Neidkultur, aber oftmals halt Leute, die, die gerne, äh, anders mit, mit sowas, mit Geld umgehen. In den USA ist es halt klar, Elon Musk ist der reichste Motherfucker und alle sagen, yay, he made it und die Gebrüder Albrecht, äh, hier in Deutschland haben nie ihr echtes Vermögen, quasi nach außen getragen. Äh, es wurde auch immer nur geschätzt. Das ist halt immer ein Unterschied, ähm, keine Ahnung, also, letztendlich, Thema Geld, immer ein sehr schwieriges Thema. Ich bin mir auch sicher, wahrscheinlich, ich bin ehrlich Leute, wahrscheinlich könnte man riesig viel Kohle verdienen, äh, wenn ich jetzt sagen würde, ich tue mich mit drei, vier Leuten zusammen, mit denen ich schon länger zusammenarbeite und, äh, mach dann einfach, keine Ahnung, ne, ne Agentur zur Investment. Ich hab wirklich mit so vielen Leuten und das, das wissen auch sehr viele, ich weiß nicht, ob Kevin hier gerade im, ähm, im Chat ist. Der Pulli ist der Beastboy-Hoodie. Äh, mit sehr vielen Leuten halt schon über, über Geld und Anlage und sowas gesprochen. Wie gesagt, ich finde, das bereichert einen immer sehr, wenn man halt über verschiedene Sachen spricht. Aber man muss sich halt auch immer vor Augen halten, jedes Investment hat immer ein Grundrisiko und so ein Grundrisiko kann auch mal heißen, dass man halt einfach alles verliert. So. Das auf jeden Fall, meine Freunde, ne? So ist das halt. Ja, ähm, Dankeschön auf jeden Fall für die netten Kommentare hier. Wir sind die Gebrüder Albrecht. Waren die Gebrüder Albrecht? Das sind diejenigen gewesen, die damals Aldi gegründet haben. Ähm, weiß ich nicht, was haben die? 14, 15 Milliarden oder sowas. Was? Und ich kenne persönlich jetzt auch Leute, die wirklich, das ist ja auch wieder ein dummer, dummer Talk, aber ich kenne auch Leute, die 100 plus Mios irgendwie an Vermögenswerten betitelt werden und so weiter und so fort. Ey, letztendlich drauf geschissen, so, das sind alles Leute, das sind alles normale Menschen und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die man nicht vergessen darf. Das klingt immer super, super dumm und ich hätte es selber nicht für möglich gehalten, bis ich selber in der Position war, aber Geld alleine, Geld alleine, das ist so, macht niemals, niemals wirklich glücklich, weil Geld alleine bringt ganz, ganz viele Probleme mit sich und das mag man nicht glauben, wenn man kein Geld hat, das ist dann vielleicht so, aber Geld alleine ist nicht der Key to Happiness, wisst ihr, was ich meine so. Das muss man sich immer vor Augen halten, das muss man sich ganz, ganz oft vor Augen halten. Ich habe keine Rolex, ne, ich habe mal überlegt, eine AP mir zu holen, aber Digga, meine Handgelenke sind so dünn, Digga, da kann ich auch eine Casio Uhr anziehen, das bricht sowieso bald durch, ist ja drauf geschissen. Ähm, ja, äh, ich wollte sagen Leute, damit konkluden wir, also,